Der Kuma-Flashback hat es wirklich in sich. Auch wenn der God Valley-Teil vorerst vorbei zu sein scheint, so ist es der Kuma-Flashback noch nicht. Oder geht es zwar schnell voran, aber ich denke, dass zwei bis drei weitere Kapitel durchaus realistisch sind, bevor es dann zum großen Finale von Eckert kommt. Natürlich kann grundlegend erstmal viel passieren in Kumas Vergangenheit, aber es gibt durchaus ein paar Dinge, die wir wissen und die uns demnach helfen, ein bisschen den Kuma-Flashback zu predikten und zu ordnen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im nächsten Kapitel ein weitestgehend glückliches Kapitel bekommen. Oder zumindest, dass das Kapitel glücklich anfängt. Wir wissen, dass es bei Kuma noch sehr tragisch wird, aber erstmal gibt es andere Dinge, die geschehen sollten. Die Ähnlichkeit zwischen Ginny und Bonnie ist schon sehr auffällig. Dass Ginny ihre Mutter ist, ist daher sehr wahrscheinlich. Vor allem jetzt, wo wir gesehen haben, dass sie zusammen im Sorbet-Königreich geblieben sind. Gleichzeitig sind sie aktuell aber noch sehr jung. Oder hat in der Vergangenheit einmal ein Bild von Kuma gezeigt, das sehr ähnlich zu dem ist, was wir im letzten Kapitel gesehen haben, wo er das Holz auf seinem Rücken getragen hat. In dem Bild, das Oder in der Vergangenheit gezeichnet hat, las Kuma in einem Buch, das den Titel Nino Kin besaß. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Buch eine gewisse Wichtigkeit für ihn besitzt. Das muss nicht sein, vielleicht sollte es nur zeigen, dass er gerne gelesen hat, aber möglich ist es. Und wenn es wichtig ist, dann könnten wir im nächsten Kapitel nochmal etwas darüber erfahren. Ansonsten werden wir natürlich sehen, dass Ginny und Kuma älter werden. Wenn Ginny die Mutter von Bonnie ist, werden sie sie irgendwann bekommen, wenn die beiden älter sind. Daneben gibt es aber noch eine andere Sache, die passieren muss. Und zwar wissen wir ja, dass Kuma zum König des Sorbet-Königreichs wird. Wir haben im letzten Kapitel schon gesehen, dass er diese beiden Kinder geheilt hat und einfach ein extrem gutes Herz hat. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass gerade dieses gute Herz ihn zum König des Sorbet-Königreichs machen wird. Weil er einfach unfassbar beliebt werden wird. Das wäre dann auch der perfekte Gegensatz zu dem, was die Weltregierung ihm ankreidet. Die haben Kuma nämlich als einen Tyrannen gebranntmarkt. Und gerade das bringt uns dann natürlich zu einem kritischen Punkt in Kumas Leben, der alles verändern wird. Doch bevor ich darauf zu sprechen komme, falls ihr meine Videos zwar guckt, aber noch nicht abonniert habt, dann holt das doch sehr gerne einmal nach. Lasst mir ein Abo da und verpasst keine weiteren Videos mehr. Dass Kuma kein Tyrann, sondern das genaue Gegenteil davon war, ist, würde ich sagen, relativ sicher. Aber Kuma hat ein Problem. Seine Rasse wird verfolgt und er ist ein ehemaliger Sklave der Himmelsdrachen. Wenn bekannt wird, wo er ist und als König ist die Chance sicherlich wesentlich höher als bei einem normalen Bürger, dann ist es nicht gerade unwahrscheinlich, dass sich die Weltregierung ihn holen möchte. So wie Sankt Miosgat nach Fishman Island gereist ist, um sich seine Sklaven zurückzuholen. Warum sollte das bei Kuma nicht genauso sein? Vor allem, weil er ein Bukanier ist. Nebenbei, bevorzugt ihr es eigentlich Englisch, Bukanier oder Deutsch Bukanier? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Als Bukanier wird es auf jeden Fall recht simpel sein, ihn zu identifizieren. Wenn es dann soweit ist, wird es eskalieren und ich denke auch, dass es dann sehr tragisch wird. Nicht nur, weil Kuma als Tyrann gebrandmarkt wird, sondern auch, weil es ja allem Anschein nach so ist, dass Genie stirbt. Zumindest haben wir neben dem Flashback nichts von ihr gesehen und wir wissen ja, wie das im Flashbackland so sein kann. Das und auch all das Leid, was die Weltregierung über sein Land bringen wird, wird ihm vermutlich sehr stark wehtun. Gleichzeitig aber ist das noch nicht das Ende, sondern vielmehr der große Wendepunkt in Kumas Leben. Ohara ereignete sich vor 22 Jahren. Bonnie ist der SBS 68 nach, heute 24 Jahre alt. Das heißt, dass es durchaus passen würde, dass Kuma kurz vor Ohara als Tyrann gebrandmarkt und Genie getötet wurde. In dem Alter sollte es für Bonnie dann aber schwierig gewesen sein, sich an all das zu erinnern. Gleichzeitig ist es aber so, dass Bonnie einen Sabo nicht kannte, was daran liegt, dass sie nicht bei den Revos war. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wo sie dann war, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Nur sehen wir hier, dass eben die Timeline und auch die Geschehnisse um Bonnie auf jeden Fall etwas verzwickter werden. So oder so, vor 22 Jahren hat sich Kuma der Revolutionsarmee angeschlossen. Gemeinsam mit Dragon und Ivankov ist er schließlich ein Gründungsmitglied. Wir wissen, dass er dann eines Tages geschnappt wurde, aber das dauert von diesem Moment an noch eine geraume Zeit. Vor 12 Jahren war er gemeinsam mit Dragon im Goa-Königreich, wo dieser dann Sabo gerettet hat. Außerdem kennt Sabo Kuma und scheint auch eine wirklich enge Beziehung zu ihm zu haben. Demnach können wir uns recht sicher sein, dass es nochmal ein paar Jahre dauert, bis Ivankov und Kuma gefangen werden. Aber dieser Tag wird kommen. Und dann wird eben Vegapunk ins Spiel kommen, was uns dann langsam aber sicher zurück zum Eckertal bringen wird. Wenn ich predikten sollte, wie Oda es gestaltet, dann könnte ich mir vorstellen, dass es im nächsten Kapitel mit der Katastrophe im Sorbet-Königreich endet und Kuma dann vielleicht auf Dragon trifft und sich der Revolutionsarmee anschließt. Sprich, dass es ungefähr zur Zeit von Ohara endet. Das wäre dann Kapitel 1097. Kapitel 1098 könnte sich dann auf seine Geschichte bei der Revolutionsarmee fokussieren und damit enden, dass er gefangen genommen wird und bei Vegapunk landet. Kapitel 1099 könnte dann etwas von seiner Zeit bei Vegapunk zeigen, sowie von ihrem Pazifisterplan. Der Flashback könnte sich dann mit der Rettung der Strohütte dem Ende neigen und dann letztlich damit enden, dass Kuma seine Erinnerungen auf Eckert lässt und von Vegapunk gewisse Befehle erhält, die sehr wahrscheinlich abgesprochen waren und zu ihrem großen Plan gehören. Am Ende von Kapitel 1099 könnte Kuma dann auf Eckert erscheinen, sodass wir wissen, dass Kapitel 1100 richtig abgehen wird. Ich glaube, dass das zeitlich einfach ganz gut passt, um für Kapitel 1100 etwas sehr Besonderes zu haben. Immerhin ist es ja schon auffällig, dass die Kapitelzahlen sehr gut mit der Flashbacklänge zusammenpassen. Der Plan von Vegapunk und Kuma kann dann natürlich in verschiedene Richtungen gehen. Ich finde zum Beispiel die Idee ganz gut, dass Kuma seinen Schmerz nutzt, um ihn auf Saturn zu feuern. Doch mein Favorit ist natürlich das Teilen seiner Erinnerungen mit der ganzen Welt. Auch wenn es natürlich nicht so kommen muss, finde ich, dass es einfach die perfekte Möglichkeit ist, um den God Valley Flashback zu zeigen, sowie die Welt auf den finalen Krieg vorzubereiten. Außerdem ließe sich damit eine Möglichkeit zur Flucht erschaffen. Aber erstmal, warum God Valley? Ist der God Valley Flashback nicht schon vorbei, zumindest aus Kumas Sicht? Tatsächlich hat Oda den Flashback an einer sehr kritischen Stelle geschnitten und es ist sehr deutlich geworden, dass Kuma danach noch länger auf God Valley war. Er hat schließlich 500 Sklaven befreit und erstmal stand er ja von niemand geringerem als Saturn. Also hat er definitiv noch mehr auf God Valley gesehen. Er hat nicht alles gesehen, immerhin wussten sie am Ende nicht alles und haben in der Zeitung nachgeguckt, aber er hat definitiv mehr als wir gesehen. Und da der Kampf zwischen Zabek und Roger gerade erst begonnen hat, zählt das zumindest zu den Dingen, die Kuma wahrscheinlich wenigstens am Rande mitbekommen hat. Daneben stand er eben vor Saturn und auch Big Mom war ja direkt da. Gerade da können Dinge passiert sein, die für die Welt sehr relevant sind. Zum Beispiel, wenn sich Saturn verwandelt hat. Wie heftig wäre es, wenn die Welt seine Verwandlung sehen würde. Falls Kuma dann mit Vegapunks Hilfe dafür sorgt, dass diese Erinnerungen in die ganze Welt übertragen werden, dann bleibt der Weltregierung keine andere Wahl, als dafür zu sorgen, dass diese Übertragung unterbrochen wird. Gleichzeitig können sie die Insel aber nicht zerstören, weil sie ja das Labor brauchen. Sie müssten also die Insel durchforsten und dann könnte vieles auf einmal passieren. Kuma erscheint bei Saturn, da gerade Bonnie zerquetschen will. In dem Moment könnte Ruffy zurück in G5 kommen und Bonnie befreien. Das würde perfekt zum Anfang vom Kuma-Flashback passen, wo es ja um den Sonnengott ging. Kapitel 1100 könnte dann eben so aufgebaut sein, dass diese Übertragung beginnt und es deutlich wird, dass sie von Eckert ausgeht. Saturn könnte dann sehen, wie er sich vor 38 Jahren verwandelt hat und umgehend Leute entsenden. Dann könnte er eine Nachricht erhalten, dass diese Nachricht überall auf der Welt gezeigt wird, woraufhin dann der kurze Rundumblick um die Welt folgen könnte. Kuma taucht vor Saturn auf und Ruffy verwandelt sich. Er befreit vor den Augen von Kuma Bonnie und der antike Roboter erweckt entgültig. Das wäre auf jeden Fall ein Kapitel 1100, das es in sich hat. Vor allem könnte es dann zum Ende wieder in den God Valley-Flashback gehen, wo wir dann nicht nur Saturn sehen, sondern auch Rocks, Dieselbeck, Garb und Roger. Vor allem könnten wir dann eben den großen Face-Reveal von Zerbeck sehen. Natürlich ist das nur ein Szenario und es kann in viele Richtungen gehen, aber mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Lasst mich daher gerne noch in den Kommentaren wissen, wie euch diese Idee gefällt. Falls euch jetzt noch interessiert, was der Schatz von Hachinoso sein könnte, der auf God Valley ist, dann kommt ihr hier zu dem genau richtigen Video. In diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.